Hallo, hier ist Markus Rapp mit der Episode 22 Sei eine weise Jungfrau, die Öl kauft vom Herrn Jesus Christus. Dies ist eine ganz wichtige Episode, wo ich ein phänomenales Angebot dir machen werde, dass du trainiert wirst als Jünger Jesu da, wo du zu Hause bist. Und ich glaube, das ist eine lebensverändernde Gelegenheit für dich und vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, die hungrig sind, zu wachsen. Ich möchte über Matthäus 25, 1 bis 13 reden. Wir sind jetzt in einer Krise, die keiner erwartet hat, die Corona-Krise. Wir wissen nicht, wie lange sie währt. Sie kann in vier Wochen vorbei sein, sie kann auch fünf Monate dauern, sie kann sogar ein ganzes Jahr dauern, bis diese ganzen Viren weg sind. Aber wir beten im Namen Jesus, dass Gott mit seinen Engeln das bindet und dass das auch verflucht wird in der Wurzel und verschwindet. Aber Krisen kommen immer mehr. Das sind Geburtswehen. Und in Matthäus 25, 1 bis 13 sagt Jesus, das Reich der Himmel wird sein wie zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegen gehen. Wir gehen Jesus dem Bräutigam entgegen. Und die Klugen nahmen Öl in ihren Lampen mit und die Törichten hatten kein Öl. Und als eine Krise kam oder der Herr kurz davor war, da kommen Geburtswehen, Krisen, Plagen. Jesus sagt es in Matthäus 24, ein Kapitel davor, da brauchen wir Öl in unseren Lampen. Was ist das Öl? Ich will das alles in Kürze sagen. Und dann will ich dir ein Angebot unserer Bibelschule machen, wo du online studieren kannst mit uns für nur 80 Euro für ein ganzes Semester. Das haben wir noch nie gemacht. Du kriegst einen Studienordner und du kannst Jünger Jesu werden. Das ist ein Schüler, der alles von Jesus lernt. Das ist Jünger, ein Schüler, der Jesus nachfolgt und alle Dinge lernt, damit er viel Frucht bringt, damit er lernt, mit den Waffen des Kampfes zu kämpfen. Das Öl ist die Salbung des Heiligen Geistes. Jesus hat zwölf Fischerleute, Zöllner, einfache Männer, später auch Frauen, gesagt, kommt und folgt mir nach, werdet meine Jünger. Das heißt, lernt alles von mir über das Reich Gottes. Und Jesus hat sie gelehrt, wie man Kranke heilt, wie man Dämonen austreibt, wie man das Evangelium predigt und lehrt, wie man Kinder zu sich kommen lässt, sie segnet, damit eine neue Generation stark wird. Er hat Frauen gewertschätzt. Und wir sollen von Jesus alle Dinge lernen in dieser Zeit. Und als die Jünger durch die drei Jahre Jüngerschaft, die Reisebibelschule mit Jesus gegangen sind, waren sie am Ende stark in der Gnade, stark im Glauben. Sie waren Apostel. Einfache Leute waren Prediger und Lehrer geworden, die Jerusalem mit dem Wort Gottes erfüllt haben. Und in einer Generation war das Evangelium Jesu Christi überall verbreitet. Jesus sagt in Matthäus 28, 19 bis 20, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf Erden, darum geht hin und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, das heißt zu meinen Schülern, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Also die törichten Jungfrauen hatten kein Öl. Und ich sage dir, du kannst die Krisen und Schwierigkeiten nicht überwinden, ohne das Öl der Salbung, ohne von Jesus gelehrt zu werden. Du kannst sagen, ja, ich habe ja die Bibel. Aber ich sage dir, Gott hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hürden, Lehrer gegeben, um die Heiligen zu trainieren für das Werk des Dienstes. Gott hat mir schon vor ein, anderthalb Jahren gesagt, baue meine Armee von Jüngern und Jüngeren Jesu. Und jetzt will ich dir das Angebot nennen. Dieses Angebot ist, du bekommst den Studienordner Semester 1, da lernst du die Grundlagen des Glaubens. Sechs Lektionen von Bayless Conley über Himmel und Hölle. Was ist die Taufe? Was ist das Abendmahl? Was ist Gemeinde? Wie wachsen wir geistlich? Grundlagen des Glaubens. Zweiter Kurs, übernatürliches Leben und Heilung. Zehn Lektionen von Dr. A.L. Gill, ein Apostel für Nationen, der die Bibelschule von John Austin gegründet hat. Heute die größte Gemeinde der USA, mit 50.000 Mitgliedern von Joel Austin geleitet. Dort lernst du Kranke zu heilen. Prophetische Gabe, Gabe der Geisterunterscheidung, Gabe Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Lebensverändernder Kurs. Dann Kurs 3, Dr. John M. Stutz, alle 27 Bücher des Neuen Testaments, die vier Evangelien, die unterschiedlich sind. Warum haben wir vier Evangelien? Was sind die Pastoralbriefe, die Briefe von Paulus, von Petrus, Offenbarung, Apostelgeschichte? Du lernst systematisch die 27 Bücher und wie du sie tiefer studieren kannst. Dann Kurs 4, Lobpreisanbetung von Lamar Boschmann, der Lobpreisteams im deutschsprachigen Raum auf eine neue Ebene gebracht hat. Wir sollen Anbeter sein. Der Lebensstil von Lobpreisanbetung bringt dich in den Sieg jeden Tag. Und dann Furcht des Herrn von John Bewehr, beliebter Autor und Konferenzsprecher. Und dort lernst du, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle Verheißungen sind gegeben, wenn wir gottesfürchtig jeden Tag leben. Wir meiden das Böse und Gott segnet die, die ihn fürchten. Du bekommst diesen Studienordner, du bekommst ein Buch, aufschließende Abraham-Verheißungen, wie du zur Multiplikation kommst, von Salbung, von Wort, von Jüngerschaft. Du bekommst das Buch als Geschenk und du kriegst einen Online-Streaming-Zugang für nur 10 Euro. Der Ordner 70 Euro. Und 10 Euro kriegst du für 6 Monate diese 5 Kurse als Livestream. Du kannst nächste Woche schon den Login bekommen und du kaufst Öl. Jesus sagt hier, die törichten Jungfrauen kamen zu den Weisen, sagt, gebt uns von eurem Öl. Die Weisen sagten, nein, damit es für uns nicht reiche und euch geht selbst hin und kauft Öl. Ich sage dir, lieber Bruder, liebe Schwester, jetzt ist die Zeit. Sei weise und kaufe Öl. Das heißt, werde Jünger Jesu. Das Wichtigste, was du investieren kannst, ist in dich selbst. Und mit der Bibelschule, Internationale Schuldesdienstes, kannst du das jeden Tag tun. Wir haben hunderttausende Studenten in 155 Nationen, über 80 Sprachen. Du kannst mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Wir betreuen unsere Bibelschüler und es gibt keine Ausreden mehr. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns vorbereiten. Wir wollen aus dieser Krise stärker hervorgehen als je zuvor. Der Herr will dich stark machen in der Macht seiner Gnade, dass du lernst, für dich und andere siegreich zu leben und zu kämpfen, anderen unter der Salbung des Heiligen Geistes zu dienen. Schreib mir eine E-Mail an Markus mit k at isom.org oder mrap at christus für europa.de. Geh auf unsere Webseite www.isdbibelschule.de. Dort siehst du auch mehr Informationen. Du kriegst auch unseren Trainingskatalog mit dem Studienordner, den Online-Zugang. Das kostet normalerweise 200 Euro. Hier sind die DVD-Kurse. Du kannst es später auch als USB-Stick kaufen für 120 Euro mehr, wenn du willst. Aber du brauchst es nicht. Du kannst für 80 Euro jetzt Semester einstudieren. Und das gilt übrigens unbegrenzt. Gott hat in der Krise uns das gesagt. Du kannst ein Semester 2 beginnen für 80 Euro. Kriegst einen Online-Streaming-Zugang. Die Bibelschule hat 5 Semester. Und wir haben sogar ein Bachelor-Master-Programm. Und auch da werden wir die Preise so günstig langfristig machen. Wir sind die preiswerteste Bibelschule im deutschsprachigen Raum. Gott hat uns vorbereitet auf diese Krise die letzten anderthalb Jahre alles zu digitalisieren und online anzubieten. Aber den Studienordner mit Buch kriegst du. Du kannst Notizen machen. Und dann lernst du geistlich zu wachsen und in die Fülle des Wortes Gottes und der Salbung des Heiligen Geistes zu kommen. Ich bete nochmal für dich und mich. Heiliger Geist, segne dir jetzt meinen Bruder und Schwester. Sie können auch Gruppen gründen. Dann kriegst du einen Zugang für die ganze Gruppe. Jeder hat seinen Studienordner. Vater, hilf, dass meine Brüder und Schwester weise Jungfrauen sind, die jetzt Öl kaufen, die alles lernen, in sich investieren, dass sie 30, 60, hundertfache Frucht bringen, Herr. Und Vater, dass sie das auch bekannt machen, anderen Brüdern und Schwestern, dass die ISCD Bibelschule die kostengünstigste Online-Bibelschule im deutschsprachigen Raum ist. Vater, segne sie, Herr, mit Überfluss der Gnade und Kraft und Schutz durch das Blut Jesu durch diese Krise unbeschadet zu kommen und stärker als je zuvor. Gott segne dich reichlich. Schreib mir heute noch eine E-Mail und sage, Markus, ich will Semester 1 für nur 80 Euro bekommen. Schick mir den Online-Zugang. Schicke mir meinen Studienordner und das Buch und ich beginne jetzt die Bibelschule. Gott segne dich reichlich. Schick mir den Online-Zugang.